Hey, was labere ich da? Oh. Okay, also. Ob das jetzt von ihm geplant war oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Heute spielen wir Skywars und dem lieben Naruto Gaming und iPhone. Ähm, ich hoffe, unsere Base gute Sachen gemacht hat und ich mag die Map ganz persönlich. Geh mal. Okay, eine gute Spitze. Ja, und wir haben ja 200 Abonnenten erreicht. Das ist echt richtig spitzenmäßig. Also, wie weit ihr es einfach zusammenschaffen, ihr alle da draußen. Ja, genau. Du guckst hier gerade zu. Und du hast mich abonniert. Und wenn du mich abonniert hast, also vielen Dank für deine Unterstützung. Also, das ist echt heftig. Und ja, das ist jetzt nicht so ganz nice, ganz ehrlich. Und ja, und was mich auch manchmal, und was mich auch viele gefragt haben, bei Waren oder so, wie verdoppelst du deine Ideas? Also, manche haben das Video von Gaming Guides nicht geguckt. Also, die Gaming Guides nicht gucken, können jetzt hier sehen. So, man muss, ähm, warte, wir machen das nochmal. So, zack. Ähm, man muss L2 und Start, die zwei Tasten zusammengeklickt auf die Truhe. Ah, Mann, das hoffe ich noch nicht. Oh, ne. Ja, hier. Jetzt steht da Start. Jetzt steht da Start. Ähm, und hinter dem Start, ähm, äh, ist die Truhe hier offen. So heißt es, du hast es geschafft. Dann drückst du, ähm, Kreis. Wartest du dir mit diesem D-Block dir. Und das dann die ganze Zeit weiter. So, bis du keine Lust mehr hast. Und dein Überleben bei Varro, das ist echt alles richtig nice. Also, kann man sich so machen. So, die stehen für Blöcke, vier Stück. So, kann man noch mehr aus dem Immensar. Und raus, äh, bezieht. Und man, okay, das war dumm. Und so, dann muss man sich so rüber auf dem Sack. Ähm, dieser Trick ist echt nice. Den benutzt 19 Tage jeder. Ähm, und ja, die eine Special Folge ist ja schon draußen. Die andere, ähm, ist gerade in der Bearbeitung. Und die übernächste, die wird ja eine Überraschung. Ich hoffe, bei manchen Videos habe ich es nicht erwähnt. Ich hoffe nicht. Ähm, ich glaube ihr, ich glaube ihr, ich habe schon mal erwähnt. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Ganz ehrlich. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe. Ähm, ja, und bei der QSG Map, also wo ich mit das Pro Team aufgenommen habe, da haben wir QSG, äh, was für QSG? Also survival games gespielt. Und da habe ich echt viele Cuts reingeschnitten. Also das ist nicht, weil meine Mutter oder so reingekommen ist im Zimmer. Das war extra so. Das ist alles geplant gewesen, damit die Aufnahme nicht so lange dauert, weil es war ein, lass mich nicht schätzen, aber ein 25 Minuten Video. Und wenn man ein 25 Minuten Video jetzt auf YouTube bringt, ich glaube nicht, dass es hier da sich durchgucken wird. Und deswegen, ähm, habe ich so, sowas halt gemacht, ne? Ähm, damit euch diese Aufnahme auch nicht zu lange dauert und dass ihr auch ein bisschen Spaß, ich habe da auch viel reingeschnitten, ähm, die Team, glaube ich. Ja, die Team. Und jetzt, ich bin mir mal kurz in der Zeit. Echt, und du? Du? Ja, da macht er sich noch so gut trank, ne? Ja, ganz gechillt, ne? Bleib gechillt, Bro. Ey, wenn ich die recke, ne? Wenn ich die recke, ja, 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 Team auf einmal, ne? Ja, hier, Team. Was? Ich habe gerade geguckt, ob es wirklich ist. Ey, Team, 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 Team. Ja, 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 Team. Ja, ja, Team, auf einmal, ne? ob ich sie kommen aber mit dem blöden ich habe keine langweilung mit euch aufzunehmen bringt auch immer spaß ich liebe den trick wie die direkt runter gehen das ist halt das wenn man das macht dann gehen die direkt runter das ist so ein reflex guck mal jetzt geht er direkt runter ich teame nicht ich hoffe dass ich teame das war gerade meine stimmung weißt du was sorry Torhiga du hast geile maps und alles aber als du mir nicht glaubst dann schließ dich ab das versteht man nicht unsere Stimme nicht naja er hört mich aber nicht aber das versteht man die 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 bei diesem Kanal und ja ihr wisst selbst ich bin sehr aktiv auf meinen Kanal müsste man merken der Zeit ich mache echt regelmäßig Videos deswegen bis zum nächsten Mal Leute und und was ich noch was sagen wollte wenn sich dieses Video bis zum Schluss angesehen hat jemand kann auch für mich gerne ein Best-of machen also ich freue mich über jeden Best-of und ja BoomGamingTV hat mir auch ein Best-of gemacht und ja war auch richtig nice auf jeden Fall und ja 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 Mann ey ja okay dann bis zum nächsten Mal Leute und haut rein Peace out Ciao